Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen erwartet uns ein schöner Frühlingstag. Bei Spitzenwerten von 20 Grad gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Am Samstag erzielen wir dann schon wieder Temperaturen von 23 Grad. Sonnenschein dominiert dann das Wettergeschehen im Sendegebiet. Nur harmlose Wolken ziehen gelegentlich herein. Am Sonntag klettert das Quecksilber bis auf 20 Grad. Im Tagesverlauf wechselt sich die Sonne mit wolkigen Abschnitten ab. Gegen Abend setzt Regen ein. Bei ähnlichen Werten starten wir mit einer recht durchwachsenen Wetterlage in die neue Woche. Die Sonne wechselt sich mit wolkigen Abschnitten ab. Auch gelegentliche Schauer könnten uns ereilen.